Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense Nr. 6 Wir gehen heute rein ganz chillig, ganz chillig, ohne Zwischenfälle, ohne Zwischenfälle, die Installation abgeschlossen, ja, gut. So, dann wollen wir mal schauen, wo gehen wir denn heute rein? So, wir machen erstmal Exos hier, wir machen Geld aus und dann würde ich mal schauen, was wir so machen können. Ach, guck mal an, hier habe ich schon alles frei. Das hier verwirrt mich immer noch. Warum ist das Gülden umrandet? Guck mal, ich habe hier doch nichts anderes gemacht, oder? Hey, lass das, okay. So, so, so. Was können wir denn heute machen? Wir können hier reingehen, hier reingehen und machen nur Militär. So, wir wollen nämlich weiter, 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 weiter die Kollegen hier fertig machen. So. So. Wir wollen ja, ja. Dann machen wir noch. Nee, dann warten wir. Äh, doch, okay, wie, keine Ahnung, aber genehm. Alrighty. Jawollo. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Oh, nur noch 75k. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt schaffen. Down, down. Irgendwie ist das auch ein bisschen doof, dass hier unten nichts ist, ne? Das ist doch auch immer so. Weg! Weg! Wieder, weg, wieder da, wieder weg. Ah. Gucken, vielleicht kann ich da ja irgendwann mal irgendwas hinmachen. Ja, 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 schieß mal mit, ist gut. Gut. Hier ist auch noch einer und ich glaube hier, hier, ja. Genau, hier war einer, den habe ich, den, den, ach hier ist auch noch einer. Ja, 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 und hier, das war's, ne? Okay, der, der war mir neu. Okay. Das war's. Okay. Okay. Mm. Wasserpakt. Okay. 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 So, dann braten wir die alle mal weg. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Wie viel haben wir jetzt? 630. Ja, brauchen wir ja nur noch 70. Dann haben wir jetzt gerade 5k Erfahrungspunkte gemacht in den letzten 138 Runden. Wahrscheinlich bin ich so langsam, dass währenddessen schon wieder ein neuer Paragon... Affe-Tempel-Ding, ihr wisst, rausgekommen ist. Ich habe vergessen, wie das heißt. Naja. Ja, es klappt alles sehr gut. Ja, es klappt alles sehr gut. Ne, so ein Moab-Dude, der ist dann auch ganz schnell weg. Zappterab, ne? Machst du nichts. Ja. Tut mir auch ein bisschen leid. Was kannst du nochmal? Okay. Ach, klingt mal an. Habe ich gerade 1.000, 10.000, eine Million oder ein Dutzend Erfahrungsdingis dazu bekommen? Machen wir mal so. Sind wir jetzt in der Reichweite? Das sehe ich wahrscheinlich, wenn ich das hier habe, ne? Das möchte ich jetzt haben. Mach mal ganz schnell. Ja, dupe-de-doo-dupe-de-dow. Ja, ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist doch alles super So, 5,5k noch 5 4,5 Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's Oh, ja, okay Wer ist der mit? Ah, ne, sieht gut aus Sieht gut aus, alles easy Gar keine Panik So, ist er drin? Er nicht Warum nicht? Ich will das aber Na, du bist so blöd So, 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 ja, okay Das macht anscheinend einen großen Unterschied Mit dem, also, der Sub-Kommandant Weit kommen die Kollegen nicht mehr Wie sieht's aus? Oh, 29 Aha Und jetzt? Okay Ich hab' gerade vergessen, wie, ich hab' das gerade nicht in meinem Kopf zurückrechnen können Hm Ach, das war's Oh, dann, äh, würde ich mal sagen, äh, geil Geile, geile Nummer Wie sieht's aus? Helden? Nein Soziale Netzwerke? Ist mir auch egal Wir gehen mal hier durch Nope Ah Okay 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 Ah Bald, mein Freund Bald Okay 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 Ja, dann, äh, soweit Ne? Warte mal, wie viel? Ja Ja, den hab' ich Oh Wir hatten am meisten Drei Ich wette Es muss doch rein theoretisch Der hat fünf Millionen Erfahrungspunkte Du hast nur drei Millionen Erfahrungspunkte? Verrückt Den Kollegen hab' ich auch noch nicht fertig, ne? Naja Gut Aber dann würde ich sagen Das war's dann mal wieder für heute Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bei einer neuen Folge Blooms Tower Defense 6 Bis dahin Habt ne schöne Zeit Gehabt euch wohl Und Ciao, ciao